Hallo meine lieben Freunde, ich wollte nur eins sagen zur deutsch-türkischen Freundschaft. Was ganz wichtig ist, die Türken und die Deutschen dürfen sich nicht trennen lassen und nicht spalten lassen. Wir sehen ja in den europäischen Medien, insbesondere in Deutschland, dass immer eine Ritze gegen Deutsche über Türken gemacht wird. Man lässt Hetze zu, dass sich der Islam und das Christentum bekämpft und das darf nicht sein. Beides ist okay, beides ist gut und die Obersten, die über die Regierungen sitzen, die betreiben natürlich über ihre Medien Hetze und die möchten natürlich deutsche und türkische Freundschaften spalten, damit die sich einfach den Kopf einhauen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen alle zusammenhalten, zusammenarbeiten, uns in jeder Art und Weise unterstützen. Das ist sehr wichtig. Lasst euch da nicht verleiten zu und seht zu, dass ihr mit euren türkischen Kollegen und deutschen Kollegen oder alle zusammen sehr gut zurechtkommt und dass es friedlich läuft. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen oder auf den falschen Weg gleiten. Es ist nicht in Ordnung. Verhindert das. Denkt nach, schaltet das Gehirn ein und überlegt mal, wer tatsächlich schuld ist an diese ganze Sache. Wir wissen, Deutsche und Türken haben seit Kaiser Wilhelm immer schön zusammengearbeitet. Die sind immer sehr gut ausgekommen und das auf einmal vertragen sie nicht. Wie kommt das denn? Das kommt nicht von den Deutschen oder von den Türken. Das kommt einfach von den Leuten, die ganz da oben stehen im Bankensystem. Lasst euch bitte nicht verarschen. Steht zu euch. Haltet zusammen und bleibt treu und pflegt eure deutschen und türkischen Freundschaften und haltet einfach zusammen. Das war's. Schöne Grüße nach Deutschland.